Damit beim Streichen von Decken und Wänden nicht aus Versehen Böden oder Sockelleisten mit Farbe beschmutzt werden, empfiehlt es sich vor dem Arbeiten entsprechend sorgfältig abzukleben. Verwenden Sie hierfür hochwertiges Klebeband. Für diese Aufgabe lieber ein etwas breiteres verwenden. Einfach an der Kante der Leiste zur Wand hin ansetzen, aber zur Wand hin einen minimalen Abstand lassen. Das Band nicht komplett ankleben, sondern zum Raum hin frei stehen lassen. So ist die Fußleiste noch besser vor Farbspritzern geschützt, die beim Streichen entstehen. Eine Alternative ist die Verwendung von Folienklebebändern. Das Abziehen muss im Spitzenwinkel von der Farbe geschehen. Achten Sie dabei darauf, das Klebeband kurz zu halten. eineкarte Fhö스트 auf der Kirche witch MIT Eis 2022 EineKarte Fuhre compete. Wir werden möglich sein und zu transportisch zu halten. Haw featured in Schein begren